Musik Heute mal ein Video über die Ausstattung der Kanonenboote, fangen wir an. Die Cockpit-Sektion, zu der nicht nur das Cockpit selbst, sondern auch der kleine Backfrachtraum darunter zählte, war der einzige Teil des Kanonenbootes, der sich luftig abschließen ließ. Der Sitzplatz des Piloten lag unter einer Kuppel aus Transpari-Stahl, die ihm zwar nach vorne und zu den Seiten gute Hirsicht hinbot, allerdings für einen Blick nach unten nur bedingt geeignet war. Hinter ihm lag der Sitz des Co-Piloten bzw. Kanoniers unter einer weiteren Kanzel, die allerdings von einem schmalen Stahlstreifen zweigetellt wurde. Der kleine Frachtraum direkt darunter war recht eng und wurde hauptsächlich zur Verstauung von Geräten und Notfallrüstungen genutzt, die in kleinen Fächern an den Wänden untergebracht war. Hier befand sich auch ein Medidruide, der Verwundete direkt auf dem Schlachtfeld behandeln konnte. Der gesamte Bereich konnte in Notfällen als Rettungskapsel genutzt werden und bei schwereren Beschädigungen des Kanonenbootes in niedriger Höhe abgesprengt werden. Der dahinterliegende geräumige Hauptfrachtraum war dafür konzipiert, jede Art von Landung aufzunehmen und gleichzeitig im Tiefflug als mobile Feuerstellung für Soldaten zu dealen. Die insgesamt 17 Kubikmeter Laderaum reichten dabei für bis zu vier Düsenschlitten und 30 Klonkriegern aus. Es gab fünf Möglichkeiten in den Hauptfrachtraum bzw. herauszukommen, die zwei großen Seitentüren, die Frachtluken am Heck und zwei nicht schließbare Tür-ähnliche Öffnungen direkt hinter dem Backfrachtraum. Die seitlichen Türen waren mit Schießschad versehen und ließen sich nicht ganz schließen, sodass immer eine großzügige Öffnung zum Hindurchschießen blieb, sowohl heraus als auch hinein. An der Vorderkante dieser Öffnungen waren je ein Sven K. mit einem kugelförmigen, bemannten Geschützturm angebracht, der diesen in den Laderaum hinein oder hinaus befördern konnte, zum Beispiel um den Kanonier einsteigen zu lassen oder ihn bei zu heftigen Beschuss und Sicherheit zu bringen. Da die Soldaten den Flug meist im Stehen verbrachteten, befanden sich an der Decke des Laderaums Halsschlaufen, damit niemand durch Turbulenzen oder Erschütterungen herausgeschöpft wurde. Um zudem die durch Steuerbewegungen verursachten Beschleunigungskräfte abzuschwächen, verfügte das Kanonboot über einen Andruckabsorber. Der Bereich Oberhalt des Hauptfrachtraums wurde zum Großteil von technischen Systemen eingenommen, für die nirgendwo anders Platz gewesen wäre. Auch Treibstofftanks befanden sich hier und versorgten die beiden Triebwerke, deren Auslässe sich an der oberen Heckstränge mündeten. Die kleinen Klappen an den Auslässen ermöglichten eine Drehung des Schubstrahls nach oben und unten. Das Kanonboot wurde durch diese Schubvektorsteuerung bei Neigbewegungen besonders agil. Der Auftrieb allerdings konnte weder durch die Triebwerke noch durch die Flüge erzeugt werden, sondern kam von starken Repulsor-Lift-Aggregaten, die sich im Unterboden, an den Flügelspitzen und im Heck befanden. Durch Leistungsverschiebungen zwischen den einzelnen Repulsoren konnte die Lage des Kanonboots damit auch die Flugrichtung verändert werden. Vor den Antriebssystemen lag die gesamte Energieversorgung des Kanonbootes, bestehend aus Generatoren, Transformatoren und Verteilern, die die nötige Energie erzeugten, umwandelten und an die Subsysteme weiterleiteten. Zwei besondere dicke Stränge führten von hier aus an jeder Seite senkrecht an der Cockpit-Sektion entlang zu den Backkanonen und der Hauptrepulsor Falanax. Die übrigen waren im Durchmesser kleiner und versorgten die weiteren Schiffssysteme und Waffen. Die Bewaffnung der Kanonboote Das Kanonboot verfügte über ein regelrechtes Waffenarsenal, das ihm für ein Luftfahrzeug dieser Größe eine gewaltige Schlagkraft verlieh. Die beiden drehbaren Kanonen am Back konnten bei einem Frontralangriff die gegnerische Verteidigung mit bis zu fünf gigajulestarken Schüssen durchbrechen, die entweder in Form eines Hagels, kurze Impulse oder als lange zungen Strahlen abgegeben werden konnten. Die Versorgung der kugelgelenkartigen, gelagerten Waffen erfolgte über flexibel Energieleitungen mit gelilertem Mantel, die an der Rückseite befestigt waren und sich mitdrehten. Die beiden nächsten Geschütze waren an die kugelförmigen Türme am Hauptfrachtraum montiert, die mit jeweils einem Klonkrieger benannt werden konnten. Sie bündelten in einer Schüssel von etwa einem halben Meter Durchmesser sechs kleinere Laserstrahlen zu einem durchschlagenden Bündel, welches sich durch die feindlichen Reihen schnitt. Der Kanonier konnte seinen Turm in alle Richtungen schwenken, um sich wenn nötig auch in den Frachtraum zurückzuziehen, wenn es zu gefährlich werden sollte. Trotz dieser Möglichkeit waren die betreffenden Klone immer voll gepanzert, da sie vor allem Besatzungsmitgliedern die gefährlichste Position einnahmen. An den Enden der abgeschrägten Flügel saßen zwei weitere Geschütztürme, die im Gegensatz zu den vorderen jedoch umbenannt und mit jeweils zwei Lasern ausgerüstet waren, von denen immer einer nach oben und einer nach unten ausgerichtet war. Der Aufwärtsgerichtete war in der Lage, Bedrohungen aus der Luft wie etwa feindliche Jäger auszuschalten, während der zweite auf Bodenziele gerichtet wurde. Beide hingen jedoch ihrer runden Hülle aneinander und waren daher in ihrer Bewegung voneinander abhängig. Es konnte also auf jeder Seite immer ein Ziel beschossen werden. Die Bewegungsfreiheit war zudem durch eine kleine Erhebung hinter dem Geschütz beschränkt, in dem die Systemverbindungen unter Antrieb für die Kugelturm untergebracht waren. Oberhalb der Hecklücke befanden sich schließlich noch eine letzte Kanone, die Angreifer von hinten Abwerte und Einheiten decken konnte, die aus der Klappe ausgeschleust wurden. Ihre Funktionsweise war dabei, vergleichbar mit der beiden vorderen Laser. Das zweite Standbein der Feuerkraft des Kanoneboots waren die spezielle auf die Mission zugeschnittenen Raketen, die es auf Luft- und Bodenziele abfeuern konnte. Besonders wichtig hierfür waren die beiden langen Massentreib-Raketenwerfer, die an der Obers Seite des Kanoneboots angebracht waren. Über zwei getrennte Fördersysteme wurden die Raketen zur massiven sogenannten Genitalboosterkammer bewegt, vom Raketenwerfer beschleunigt und gleichzeitig gezündet. Die dabei entstehende Hitze wurde über ein Kühlsystem im hinteren Teil des Massentreibers abgeleitet, während der Rückstoß von leistungsstarken Dämpfern abgefangen wurde, sodass die Rakete, was meistens synchron auf beiden Seiten geschah, bewegte der Antrieb der Raketengurt eine Position weiter, solange bis keine Munition mehr verbehanden war. Ergänzt wurde das System von insgesamt acht Aufhängungen für Außenblasern an den beiden Flügeln, an denen sich weitere Raketen verschiedenen Typs anbringen und abfeuern ließen. Die Fähigkeit, eine solche Masse an zielsuchende Flugkörper mitzuführen und einzusetzen, machte die Kanoneboote auch für Gegnern gefährlich, die sich nicht direkt mit Lasern oder Blasern beschießen ließen oder gepanzert waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017